Moderne Bürowelten für bessere, effiziente Prozesse im Büro Marc Möller ist kein Produktverkäufer, sondern kompetenter Berater für moderne Bürowelten. Er leitet zusammen mit seiner Schwester Constanze Schmidt die Geschäfte des Kasseler Unternehmens büro-boss.de. Sein Unternehmen besteht aus rund 25 Mitarbeitern und bietet erstklassige Beratung mit 95 Jahren Erfahrung rund um das Büro. Der büro-boss.de-Verbund wurde kürzlich von PBS Report zum Händler des Jahres ausgezeichnet. büro-boss.de-Fundkuch ist Experte um die Bürooptimierung im Raum Nordhessen und erster Ansprechpartner für effiziente Beschaffungsprozesse rund um Bürobedarf und C-Artikel wie Lager, Hygiene, Werbeartikel, Arbeitsschutz. Die zuverlässige Belieferung mit C-Artikeln innerhalb von 24 Stunden. Die Optimierung von Büroprozessen durch intelligente, webbasierende Beschaffungs- und Verwaltungslösungen. Prozess- und Büroraumplanung, Entwicklung und Planung von Kommunikationsbereichen wie Wohlfühlgarantie und technisch intelligent angebunden. Lösungen und Produkte rund um das Drucken und Kopieren und technischen Kundenservice. Die Zielgruppe von Marc Müller sind Prozessoptimierer, Organisationsleiter, Entscheider für Büros. Möchtest du auch die Prozesse in deinem Büro optimieren? Dann solltest du mal Marc Müller und büro-boss.de-Fundkuch kennenlernen.